Ich habe vorher einen großen Roller gehabt und dann habe ich das erste Mal auf einem Elektroroller gesessen. Und das gefiel mir so super. Der ging ab wie Schmidtskatze. So leise. Meine Frau hört mich nicht mehr, wenn ich nach Hause komme. Ich kann mich mal mitten in der Nacht wegschleichen. Super stylisch, also vor allen Dingen auch irgendwie feminin, würde ich sagen, also auch für Frauen gemacht. Ich würde damit schon gerne rumfahren. Was bei Kumpan besonders ist, ist eben dieses Batterie-Management-System, dass die Akkus lange leben. Und das habe ich natürlich auch bei den anderen Firmen verglichen, ohne Namen jetzt nennen zu wollen. Da muss man die Akkus rumstecken. Hier wird das alles elektronisch geregelt. Ich bin das erste Mal an Kumpan gefahren und muss sagen, mein erster Eindruck war, man sitzt auf jeden Fall sehr weich, sehr bequem. Und der zieht richtig gut. Das hat mir halt im Vergleich zu den anderen besser gefallen. Als Beifahrer quasi hinten drauf hat mir gefallen, dass es sehr bequem war, also die Rückbank. Und dass man auch nah am Partner quasi war. Und das war ein sehr schönes Fahrgefühl. Das war ein sehr schönes Fahrgefühl.